Und damit seid auch herzlich willkommen zu Runde 5.4 von Asho of Soul und das Ganze wieder in super Konstellation mit unserer Ali Hopp. Leider, wie heißt sie denn eigentlich? Wie heißt du? Äh, eigentlich... So, reden wir kurz mit ihr an. Ne, für die müssen wir jetzt erstmal eine Mission erfüllen. Sie hatte sich nur verklickt, hat sie geschrieben. Oh, hier, dafür, äh, Cat gedrückt, sorry. Wir hatten dann zwischenzeitlich noch jemand anders eingeladen, wollte aber dann nicht mit uns spielen. Steffi muss leider auf, bis dann. Okay, schade, wir sehen uns. Okay, sie ist leider offline. Wir haben also eine Steffi bei uns im Team. Und Steffi ist ein bisschen ängstlich, was TeamSpeak und Skype angeht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich würde auch nicht zu dem nächstbesten Typen auf einmal dackeln und sagen, hey, ich hab da... Ey, leil. Nivi hat wieder alles aufgesammelt, läuft bei ihm. Mh. Und da müssen wir mit Grunia reden jetzt. Metrowolf. Da ist zum Glück keiner. Oh, schon wieder eine Mission. Kotze. Was ist das denn jetzt schon wieder? Drecksbogen, Drecksbogen, eigentlich alles nur Scheißbögen. Aber egal, wir machen's mal. Sammel eine abgenutzte Glaskugel. Da ist doch eine Glaskugel. Oh, shit. Oh, mein Gott. Sie macht so damage. Naga. Naga. Ey. Wenn das mal nicht von Minecraft geklaut ist, dann WSX auch nicht. WUSCH. So. Müssen wir noch zwei von diesen komischen Glaskugeln sammeln. Dann haben wir das auch schon mal. Los, F. Und noch ein Auge des Manipulators. Das werden wir sicherlich hier in diesem komischen, hässlichen Tempel finden. Da. Naga-Kommandant. Kriks. Kriks, wie man das hier auch nennt. Und weg mit dir. So, Nivi hat schon wieder alles aufgesammelt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Oh, shit. Mabuschka. Jump. Kommen wir da hoch? Ich glaube eher nicht. Bei unserem Gehilfen könnten wir es schaffen. Oder auch nicht. Müssen wir ausmachen. Okay. So. Kriegen wir erstmal das da. Und dann kriegen wir noch einen von diesen hässlichen Bögen. Nehmen wir den da. Toll. Und dafür müssen wir wieder durch eine andere Samu-Tal. Eigentlich will ich das noch nicht machen. Ich gehe jetzt erstmal in dieses komische Dungeon rein. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich jetzt machen könnte. Denn ich habe gerade keine Gruppenmitglieder. Das heißt, ich zähle nicht als Raid-Gruppe. Und kann das dann erledigen. So. Retter von Memo. Toll. Toll. Da lang. Erstmal voll verlaufen. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Das ist Solo. Ich bin jetzt ein Solo-Typ. Kein Zutritt als Skoppe. Oh Mann. Ich bin noch... Beute verteilen. Ab edel. Ab. Fantastisch. Freund. Wenn ich die Gruppe jetzt verlasse, ist die Gruppe geschlossen. Das wäre ziemlich scheiße. Habe ich sie dann wenigstens unter Community als Freund gespeichert? Ja. Gut. Dann kann ich die Gruppe verlassen. Ist eh gerade keiner drauf. Normal. Solo-Dungeon, Alter. Ich kotze. Bichernager-Krieger. Jaja. Ja. Aber keine Welle da. Was ist das denn? Benutze das Eiswasser bei Elias. Okay. Ich habe eine riesige Auswahl. Zieh dich ruhig um. Naja. Du kannst erst mal das hier haben. Hm. Ausgerüstet ist das. Ein voll der Müll. Ausgerüstet ist. Dann machen wir das so. So. P. Ah, ich kann ja noch ein paar anlegen. Genau. Stimmt. So sehe ich zur Zeit aus. Eigentlich ganz sick. Naja. Egal. So. Wollen noch eben was essen. Fressen wir mal eben noch hier ein Brot. Und so ein komisches Biest-Schwarn-Suppe. Toi. Ich brauche keine Verdauungspillen. Wäre ziemlich doof. Okay, dann geht's weiter. Ähm. Sind alles so Nagerviecher. Jetzt weiß ich, warum Pry gesagt hat. Die Solo-Dungeons werden ziemlich schwer. Oh mein Gott. Weil man einfach Akkode zieht, ey. Okay. 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 zieht einfach viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Ach, man muss den auch noch in Zeit schaffen. Ja, wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich. Das Ding schafft man auch auf Zeit, ne? Hm, klar. Ich denke mal. Das ist der Rekord. Ach, das ist der Server-Rekord. 48 Sekunden, ey. Da ist irgendjemand mit einem OP mit einer OP-Ausrüstung reingegangen. Hat sich gedacht, ja, wahrscheinlich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein Server-Rekord ist, ey. Geht's auch schon weiter. Ah, jetzt weiß ich auch endlich mal, wofür Nivy ist. Der sorgt einfach dafür, dass man alles aufsammelt. Oh, shit. Nein! Bin gestorben. Halbbarkeit verringert. Ich muss mal meine Skills-Schadenszähne. Verunreinigtes Waren-Gold. Okay. Brauche ich den mal da hin? Skills-Schadenszähne. Ähm. Skills. Also, wir haben den tödlichen Schuss. Wir haben... Wir hauen den normalen Angriff wieder rein. Das hat seinen Grund. Doppelschuss ist drin. Das ist drin. Schweigeschuss. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Auf und runter zwei, liebe Freunde. Das war ja jetzt gerade mal gar nichts. Das war ja mal echt ein Satz mit X, meine Lieben. Oh, shit, Mann. Wo ist denn mein... Begleiterrufen? Ivi. Los. Boah. Aua, die machen auch voll den Damage, ey. So, jetzt erstmal hier den kleinen Zurück-Boxen. So, und dann können wir jetzt das Wasser hier bei ihm benutzen. Ja, sei ich ja. Liebe Freunde, tut mir leid. Ich bin hier am sterben. So, wilde Naga müssen wir auch noch besiegen. Ähm, das kriegen wir aber alles hin, denke ich. Dafür sind die Hauptwachen zuerst dran. Die gehen ja sogar noch. Damit haben wir das schon mal erledigt. Da ist eine Kiste, die können wir looten. Jut. Töte die Naga anführen. Das heißt, es wird hier schon wieder ein Scheiß-End-Boss geben. Ach du Scheiße. Was hat sie für ein Damage? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Oh, sie macht gut Damage. Aber sie ist easy. Wie wie, sammelt der auf? Ja. Okay, dann geht's weiter. Die Anführungen haben wir besiegt. Ah, jetzt kommt wieder irgendein... Jetzt kommen irgendwelche Flatter-Viecher. Und ein schlecht gemachter Wasserfall. Naja, kommen wir jetzt nicht ins Wasser rein. Vielleicht kommt da ja so ein Dragon. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, sind die greedy. Oh, shit. What the fuck? Ach du Scheiße. Ist das viel Badass. Wie kommt der denn auf einmal her? Wow. Ach, du Scheiße. Wow, Mamuschka. Das ist heftig, das Vieh. Aber wenn man weiß, wie man das Vieh besiegen muss, dann geht das. Scheiße, Alter. Badass Vieh. Wormste Blending wird beim Anlegen gebunden. Ja, komm, Arschdecken. Saugeil, ey. Ich muss noch diese Kölnmich-Nagas da besiegen, eben. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Die kriegen wir ja wohl mit Leichtigkeit. Bam. So. Abgeschlossen. Aber man kann da einfach rausklicken. So, und raus hier. Dungeon wirklich verlassen? Ja. GG. Okay, haben wir den Dungeon mit Leichtigkeit geschafft. 19 Minuten. Jetzt verstehe ich, was Prinex meinte. Dass man echt sehr, sehr viel Akkorde auf sich zieht. Ist dann wirklich schon ein bisschen bad. Aber diesen komischen Schadensbrechner brauchen wir gar nicht. Das wird ja ein paar Level jetzt hoffentlich ein, zwei Level geben. Weil wir jetzt diesen wunderbaren Dungeon hier geschafft haben. Erstmal da hoch. Erstmal will ich das haben. Will ich das haben. Will ich das haben. Und ich will das haben. Und ich will das haben. So. Dann haben wir hier alles erledigt. Schwarzer Lamm. Lamm. Wie heißt das? Vier nochmal. Lammaro. Lammaro. Genau. Jetzt nochmal eine Blume. Die nehmen wir mit. Ich bin der Sammler. Ich bin der Sammler. Lebe auf dem Land und lebe Kühe. Keine Frau. Doch ich sammle wirklich Erze. Und adios. Da haben wir es auch mal wieder in dieser Folge wunderbar geschafft. Hier einiges zu erreichen. Diesmal sogar echt eine sehr sehr geile Erbeutung hier geholt. Die FPS wird von Stadt zu Stadt immer niedriger. Habe ich das Gefühl. Oh shit. Wir sind wieder in einem neuen Areal. Ich habe doch gar nichts getan, Alter. Ich habe angefangen hier mit dir zu reden, ey. Und schon macht er mich von der Seite an. Töte einen ausgerotteten Irgendwat. Das Ding ist da tot. Soll ich den da töten? Gibt's nichts zu töten. Wenn die Viecher tot sind, kann ich die auch nicht töten. Da hinten ist so einer. Wir sind auf Level 12. Oh, wie viel Damage sie nicht machen. Genau. Sammeln den Scheiß mal ein. 200 Quests erhalten. Mann. Mann. In einem MMO müssen auch mal Monster irgendwann respawnen. In den endlosen Jagdgründen kannst du sowohl Monster töten und aufleveln, als auch Ausrüstung kaufen. Leih. Wir sind jetzt in den endlosen Jagdgründen oder was? Schön für die Jagdgründe. Was ist das denn? Landlümpfe? Kann nix. Achso, jetzt müssen wir mit jemand anders sprechen. Gehen wir mal da durch. Samumtal. Bald sind wir so weit wie Silvai. Wow, keine Akrode ziehen. Wir müssen immer noch durch Portale reisen hier. Bis wir das hier hinter uns gebracht haben. Stirbt man. Wütende Landnümpfe. Sind wir da durch. So. Alter, zeigt das Ding sogar die PC-Zeit an. WTF ist das? Oh leih. Ich dachte, die werden jetzt stärker. Ich hätte die jetzt für stärker gehalten. Aber irgendwie können die gar nichts. So, jetzt gehen wir erstmal zu Aiden. Hallo, mein Name ist Aiden. Ich bin der Hans hier in diesem Areal und möchte, dass du das hier nimmst. Dass du das hier nimmst. Was führt dich her? Erzählt schon. Und das nimmst du auch noch. Und das nimmst du auch noch. Na 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 na. Einsammeln. Hallo. Hallo. Oh, die Dinger schlüpfen aus ihren Löchern, ey. Ist ja mal richtig widerlich. Statt davon kommen noch mehr, ey. Sei doch. Was ist das jetzt? Kleinvieh, ey. Ne, ich muss immer noch so ein komisches Ding da sammeln. Jetzt haben wir aber genug gesammelt hier. Ich bin schon wieder vergiftet, ey. Kommt's mich an. Was wird dich her? Erzählt schon. Oh geil, ich krieg einen neuen Minirock. Da bin ich ja mal richtig gespannt drauf. Sprich mit klein. Ich bin ja schon wieder einmal komplett außen rum. Irgend so ein blödes Areal. Schluchtflammen Elementar. Diese Elementarfiecher werden auch nicht weniger. Bei den Monstern haben sie es wenigstens nicht untertrieben, ey. Da gibt es einige coole. Oh, und mal Teleport. Yes. Ha. Jetzt können wir uns endlich mal überall hin teleportieren. Ja. Ich möchte diesen Minirock. Oder den. Welcher sieht denn besser aus? Rock der Toten. Rock der Verdammtes. Sieht beides geil aus. Aber sieht geil aus. Oh ne, wie leuer ist das denn? Heh. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe doch schon einen Ruch der Ton. Wollt ihr mir etwas sagen? Okay. 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 Muss ich nochmal überlegen, was ich damit mache. Genau. Ist das ein Oxidium? Ah ja man, kann ich ihn ja dafür auch einsetzen eigentlich. Ich Idiot. Aber ab wann ist denn 5 Gold? Oder beziehungsweise ab wann ist überhaupt ein Gold ermöglicht? Ich habe die erneute Vergabe des Zufallsstats. Ah ja klar, wahrscheinlich. Würziges Curryhähnchen. Lebt ein Spieler mit 50% sind wieder in Verbindung mit der 59er niedrige anwendbar. Nicht auf dem Schlaffeld benutzbar. Ja super. Nicht genügend Gold. Ja genau. Ja genau. So. Dann rockt der Toten erstmal weg. Oh, nicht schlecht. Eigentlich brauchen wir einen Alchemisten in unserem Team. So. Jetzt wollen wir mal schauen hier. Letzte Klick. Leider habe ich keinen Edelstein dafür. Machen wir da mal Stufe B Dingsbums raus. P. Okay. Edelstein erfolgreich gesockelt. Edelstein erfolgreich gesockelt. Dann haben wir das doch schon mal. Weil ich muss den Typen nochmal ansprechen. Was hat er im Rückkauf? Nein. Nein. Da ist es. Da ist es. Dann kann ich. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Inventory. Das ist nicht schlimm. denn jetzt gehen wir nämlich hier drauf machen die veredelung und schon ist das item besser als mein vorgänger oder ja nicht ganz ich gebe es auf ich würde sagen aber an dieser stelle machen wir wieder feiern 35 minuten haben wir hinter uns ich bedanke mich fürs zuschauen wie beim nächsten mal was wir beim nächsten mal machen werden weiß ich bisher noch nicht aber ich kann euch so viel sagen es bleibt spannend schaltet auf jeden fall beim nächsten mal wieder ein ich bin damit raus bedanke mich fürs zusehen schaltet beim nächsten mal wieder ein das dem ganzen video einen daumen nach oben da ihr kennt den ganzen scheiß und alle links unten in der video beschreibung bis zum nächsten mal euer lightning ap und ciao ciao